Die erste Mannschaft des 1. FC Kreislauf-Lauland beim nicht öffentlichen Training. Heute ist der 30.07.20 Uhr. Morgen ist das DFB-Pokal-Spiel gegen Freiburg. Wie wird der 3.00 Uhr morgen aufstehen gegen Freiburg? Welche Taktik wird er sich ausdenken? Heute ist zu sehen Manuletta. Oh ja, Topmannschaft. Da vorne ist der Boy. Kennst du? Nee. Da ist der ganz links. Der wurde auch ab, ne? Ja, da ist glaube ich schon eine lange Hose. Ja, da braucht man die Hose mit. Der Schuster gibt die Anweisung. Der Schuster gibt die Anweisung. Na und dann darf ich noch Thomas hängen. Wenn euch das Video gefallen hat, nehmt euch ein kostenloses Abo. und gib mir einen Daumen nach oben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Vielen Dank.